weiß ich nicht ist mir egal also ich nimm jetzt Anti-Charakter weil dann, äh, ich hab nämlich noch Hunger und ich hab noch nichts gegessen dann nehm ich mal The Black One Oh nein! Na ich darf auch aussehen! Nein! 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 Oh, auch noch Ridiculous Game Was ist das? Das ist ne lustige Musik mit komischen französischen Scheiß Boulevue avec vrai baguette in unser Haus Club... ich kann kein französisch Weiter geht! Frosch gegen irgendwas anderes Die Holzbeine! Steine! Steine! Ich bin aber das Super-Death-Holzbein Ja, wenn ich bitte, äh... Also, so... Boah, Fallrückzieher und dann redirekt hier Frosch schient Frosch Bälle einfach ab, die gar keinen Sinn ergeben Frosch, Frosch, Frosch Wow, mein Charakter langsam... Was ist Frosch zu gehen für einer? Ja, Frosch! Frosch, Frosch! 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 Ach so! Froschbaum! Bäume! Ach so, den... Blubberblubberzorn! Blubberzorn! Blubberzorn! Frosch! Stein! Naaah! Ach so, das ist der, den du meintest, der alles zerfetzen wird, wie äh... sonst was? Nein, eigentlich nicht! Na, dann kannst du auch teleportieren? Nein, kann er nicht! Ist das ein Aurora? Nein! Fragen ich zwar jedes Mal, aber was ist das? Machst du einfach nur dunkel? Weiß ich nicht! Und dann soll ich mich, äh... bedrängt... Hallo! Hier ist diese Atomwurme gemacht! Hab ich nicht gemacht! Oh! Du lügst doch wieder! Frosch! Nimm Frosch! Nimm Frosch! Nimm Frosch! Nimm 2! Frosch! Frosch! Kann ich dich da nicht angreifen, oder wie? Frosch! Stau dich tot mit meinem Holzbein und meinem Schmelzfuß! Steine! 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 Frosch! Nein! Gerade nicht! Okay! Schnappen wir uns auch einfach weiter! Daaaah! Deine ist ja gar nicht so scheiße, wie er aussieht! Komm rein! Äh... Was ist dein Rhythmist? Ich weiß es nicht! Ich muss einfach mal mehr Karten einsetzen, glaub ich! Wuuu! Warum... Warum... Was für das eigentlich? Was denn? Ja, deine Jungkanone da immer! Was soll das mit dem Holzbein da? Ja... Weiß man mich... Obwohl du das ironisch meinst! Ich find das nicht okay! Also ich mag das überhaupt nicht! Ja... Ich find grad richtig schlimm, dass mein Holzbein nicht dich angriffen kann, weil du total in Scheiße bist! Ja... Ja... Blödes Frosch! Wie dass sie die ganze Zeit durch die Gegend teleportiert! Keine Ahnung! Ich find das auch wie immer genial! Ich find das zu Emiro Spiel mal gegen nicht und dann wie ich Emiro schon sehen, ähm... Ich glaub der Emiro, der macht das gar nicht! No... Der würde den ganz... Ne... Ich mach einfach nur ein paar Wasserspuren und was soll mich ein bisschen durch die Gegend! Irgendwie sowas in der Art! Und frosche mich hier mit meinem Hut durch die ganze Gegend und was soll's auch alles durch die Gegend! Wieso überhaupt... Neh... Einmal hier oder... Na oder... Frosch, einfach Froschdinge wie durch die Gegend vorhören! Unfair! Was?! Ja... Atombombe! Guck mal, da krieg ich alles! Na, sieh ja, ich hab auch Frosch-Kräfte! Sieh so, ich fliege da einfach durch! Atombombe! Ja, super! Das war echt noch Hochzeichen! Was soll er mit? Die Natur der Kräfte ist das halt, ne? Ja, ja... Verständlich! Bäume! Kann er auch wieder Bäume machen! Nehmt so ein chinesisches Spiel oder japanisches! Ja! Komm einfach mal eben so Atombomben vor! Stein! Und ich bin noch... Ha-ha-ha-ha... Du bist so ein Froschviech besiegt! Wieso lacht meine denn noch? Sie behindert? Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha! Ja, als die Echte! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ok, ähm... Was sind wir jetzt noch mal zum Ende? Das seht ihr gleich! Hallo! Vorher... Wie so, ich kann die ja gar nicht auswendig! Das ist nur nicht mal wie ein Dinger heißt! doch Marisa könnte ich noch gerade ausgewählt ja sonst könnte ich gar nichts ja du sagst immer scheiß Holzbein ja scheiß Holzbein guck dir doch mal das Holzbein an okay es geht weiter schwarze Marisa gegen weiße Marisa der wird gewinnen Ionkanonen sind cool Ionkanonen sind sowieso das geilste und Superlaserkanonen auch nein ich weiß gerade gar nicht wie ich gemein Superlaser gemacht habe ich will nicht die ganze Zeit ausweichen müssen nein extremes Feuern okay der die Kastrisorte umverfolgt die Verfolge hier hier als Super Kicken in der Welt aus der Luft dem Arsch Attacke ja merk ich schon Arsch Attacke ich weiß ja nicht wie ich drauf kommen dass ich es merke aber ja und Laser nein du musst Laser nehmen das war das war erst mal ein Rink schmeißen genau so was passiert wenn wir beide Laser aufeinander schmeißen weiß ich nicht Feuern man gewinnt bestimmt meiner weil Licht meiner ist ja schließlich ähm stärker ich weiß ja nicht wieso aber Licht Feuern, Licht, Feuern ich bin Superlicht Superlicht Au Nein ich kann das nicht zulassen dass du gewinnst kann das nicht zulassen Nein Oh, bist du noch gar nicht tot, warum? Stirb Au Oh Gott Weil du das selbe Schicksal Nein 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 Ich kann jetzt nicht verlieren Stirb Nein 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 Ja Ja Okay, das war knapp Das siehst mal Weil sie einen Charaktär spielen ist es ziemlich leicht Ja, aber nur weil wir beide nicht spielen können Ja, okay Ja Ja Was ist das denn, wieder so ein Superbasen-Move? Einfach nur Ja, den kann ich auch Hanzo nicht Hanzo nicht Hanzo nicht Wo? Aua, Aua, Aua! Da hab ich dich, glaub ich, getroffen! Da kann ich auch! Hast du mich, glaub ich, getroffen, wenn ich dich richtig gesehen hab? Ja. Nein! Nein! Wesen! Wesen! Sie geht Wesen! Ich hab's denn aktiviert, aber ich bin zu blöd zum Ausflug. Wesen! Wesen, au! Wieso gegen der Wesen nicht? Nein! Aufdruck! Nein, du kannst dich nicht aufhören! Nein! Aua, mit Unfälle an Attacken! Nein! Hahaha! Scheiß! So wär das nix! Nein! Scheiße! Power! Au! Power! Laser! Laser! Ich weiß nicht, wieso ich immer gegen mich verlieren muss! Neeeee! Eeeee! Okay, ich würde sagen, dann sind wir am Ende unseres kleinen Battles! Es ist ziemlich knapp gewesen, aber trotzdem, letztendlich habe ich gewonnen. Zum Glück ist alles gut ausgegangen. Tja, und dann sehen wir uns diesmal bei Netzbetter mit Koprik, denn der wird da eh wieder mitmachen müssen, weil ich ihn dazu zwingen. Und sonst, keine Ahnung. Wir sehen uns dann. Echt? Nimmst noch auf? Ja. Oh, cool. Ciao. Willst du noch etwas anderes sagen? Esst immer euer Brokkoli oder so. Hallo? Hallo? Nein. Sonst nichts? Ja, keine Ahnung. Schaltet bei Chainsaw Man rein. Ist auf deinem Kanal. Hör auf aufzunehmen. Okay.